Recht herzlich willkommen zur 92. Folge von Arborian. Jo, da haben wir gerade noch eine Fabrik, die... Sprung ist nicht, falsche Taste erwischt. Gucken wir mal an, schwarze Brett, die wollen 150 Leiter haben, okay. 70 ist das da, ja. Was haben wir, Ressourcendepot hier noch? Wir sind ja letztes Mal hier reingesprungen, ne? Äh, da ist noch was. Gucken wir auch an, schwarzes Brett. 100 Düngermittel. Das sind aber jetzt nicht so die Ressourcen, die wir hier vorbeibringen möchten. In der Riegerröhrenfabrik. Die wollen Energieröhren. Das sind alles kleine Aufträge, die jetzt nicht so, ne? Jetzt müssen wir mal gucken. Ja, aber es ist... Da oben sind noch welche. Haben wir die schon gehabt. Computer-Komment-Fabrik, ich glaube nicht, ne? Opfer. Haben wir noch sowas. Sourcen, 150 Leiter, die hatten wir wohl schon. Stopp, das war verkehrt. Gehen wir mal auf die Strategieübersicht und zoomen mal raus. Die drei hatten wir, ich glaube, da haben wir alles. Mehr ist hier nicht drin, ne? Haben wir... Den Dingens eingebaut hier. Den C3-142-Dektor. Ne, haben wir nicht. Wo ist er? Oder doch, hier vorne ist er. Alles klar. Äh, ja. Wenn ich gucke, wir haben ja Ressourcen einiges, ne? Lass uns mal... Nochmal auf die Karte gucken. Okay, hier sind nur 355 Asteroiden. Das ist jetzt vielleicht nicht der ideale Sektor. Vielleicht springen wir mal da hin. Machen wir so? Machen wir so. Die Navigone-Besitzung für das Schiff 101 wurde bezahlt. Okay. Dann springen wir da mal hin. In diesen Sektor. Gucken wir gerade in die Karte. Hier gibt es nicht ganz viel. Vier Schiffe. Ein paar Dingens. Aber da oben ist... Ein Reparatur-Dock, was man ausmöchte. Und der Rest aber nicht, ne? Okay. Was möchten die da haben? Antriebsaggregate. Okay. Jetzt gehen wir wieder auf die Karte. Dieser Riss hier, da ist hier so ein bisschen das Problem. Okay, da kann man rüber. Was machen wir jetzt weiterfliegen? Wahrscheinlich ist da auch das nächste Tor dann. Da können wir auch ein Tor nehmen. Was ist das? Best Mod Best Tor. Das sieht dann auch aus. Dann fliegen wir da mal gerade schnell hin und nehmen das Tor. Das ist ja nicht weit weg hier mit unserem Top-Antrieb, ne? Also segeln wir mal da durch. Das ist unsere Energie alle. Aber naja, durchkommen wir noch immer. Dann gucken wir mal hier rein. Wie sieht das denn hier aus? 500 Asteroiden. Taktische Karte. Rausgesumt. Zwei Aufgaben hier. Aber jetzt F drücken könnte. Das wäre schön, ne? Aber das geht leider nicht. Wir brauchen fünf Bohrer. Okay, Bohrer sind dann schon effektiver. Wo ist die zweite Station jetzt? Die haben wir ausgewählt, ne? Dann ist da noch einer. Was wollten die? Wollen fünf Bohrer, ne? Dann haben wir die gerade ausgewählt gehabt. Jetzt wählen wir die aus. Die wollen Plasmazellen, okay. Ist aber jetzt nicht so, wo ich hier hin möchte. So, da gibt es noch eine Kreuzung nach da unten. Und da ist auch gleichzeitig so ein grüner Blip, ne? Hm. Das wird das Tor sein, oder welches? Südwesttor, das passt. Na, komm, zack, hin. Wie viele Dingens waren hier? 500, das ist nicht viel. Gut. Sind wir drin in dem Tor? Gucken wir den nächsten Sektor hier an. Ah, hier sind 648. Die haben was. Was möchten die? Sauerstoff. Und die? Energiezellen. Ja. Strategische Karte wieder. Okay, da ist noch einer mehr, glaube ich. Das könnte der sein. Wenn das dann der richtige ist. Sauerstoff, ich weiß es jetzt nicht. Der da unten ist ausgewählt. Gemüsefarm ist das. Wollte die auch Sauerstoff, die Gemüsefarm? Ja, die wollte auch Sauerstoff, okay. Wo geht's weiter? Nach Süden? Also Südost? Oder nach West? Südwest? Ich glaube, wir nehmen erst Süden. Da oben ist ein Tor. West-Südwest, ne? Das Südost-Tor wollten wir eher. Wo ist da der Button für? Das ist das, wo wir hergekommen sind, richtig? Ich weiß, dass das Südwest-Tor, okay. Fliegen wir mal ein Stück die Richtung, weil hier ist ein Asteroidenfeld, ja. Ich wollte mal durchgucken. Das vor allem ist hier grünes Zeug, ne? Ich bräuchte mal, obwohl da ist auch Titan. Ja, wir bräuchten mal ein bisschen andere Rohstoffe noch, ne? Komm, zack, fliegen wir da hin. Okay, keine Dinge, es ist eine Wegkreuzung, beziehungsweise eher eine Sackgasse, keine Wegkreuzung. Das bedeutet, wir fliegen mal da direkt hin. Da hin. Zock. Okay. Gibt es ein paar Asteroiden, 162. Taktische Karte, rausgescrollt. Neutrale Zone ist das, okay. Ja, das war jetzt hier dann erstmal... Alles, ne? Was kommt hier? Mal ein Flammen. Achso, wir müssten mal hier raus. Da raus, dann ist auch was hier passiert. So, was machen wir mal? Was machen wir jetzt? Wo fliegen wir hin? Ich gehe mal... Da wollen wir, sind auch da. Fliegen wir da hin. Da müssen wir hin. Und auf geht's. So, Karte. 532 Asteroiden hier. Sprungroute berechnet. Da gibt's ein Tor. Das ist ein Ost-Nord-Ost-Tor. Das wäre das, was wir vielleicht wahrscheinlich nehmen wollen. Ja. Weil wir müssen gucken, wie es da weiter geht dann. Oder müssen nicht, aber wir können gucken. Fliegen wir da hin. Unser Antrieb muss noch geladen werden, oder wie sehe ich das? Okay. Achso, der kommt da unten erst wieder. Alles klar. Ja, das passt schon. Da fliegen wir da jetzt erst hin. Jetzt können wir auch mal ein bisschen speeden machen. Okay. Hier sind 798 Asteroiden. Warte, ich hab nie... Lass mal was raus. Wo ist der Kern? Ach, wir gehen Richtung Kern. Ist jetzt die Frage, ob das Sinn macht, ne? Weil eigentlich wollen wir ja... Materialien abbauen. Ja. Ist ja, sie sind wie für eine andere Fraktion angegriffen. Okay. Da sind da welche, oder was? Das ist jetzt nicht so prickelnd da, ne? Nord-West-Nord-Tor. Das ist unser Tor. Wo ist jetzt das andere? Da. Aber das ist das Süd-Ost-Tor. Dann ist da das Nord-West-Nord... Nord-Nord-West-Tor. So ist es richtig. Wow. So, dann fliegen wir da mal besser hin. Und wir wollen da jetzt nicht mitspielen. Gut. 1028. Hier ist doch schon mal, wo wir vielleicht jetzt nochmal überlegen können, eine weitere Drohne zu bauen, oder? Die hier abarbeitet. Was ist denn hier so alles drin? Da ist auch eine Sackgasse. Kupfer, Gas, Edelmetallmine, Raumjägerfabrik, Handelsposten, Handelsposten, Ressourcendepot. Jetzt stelle ich mir gerade auch die Frage, wo ist denn unser anderes Schiff hier? Äh, meine Eins ist da, okay. Ne. Notizen. Da kann ich jetzt nicht den Steuern hier. Das ist ja voll doof, oder? Okay, dann mach du da erstmal weiter, ne? Kann ich nochmal hier sozusagen was machen, ne? Okay. Hm. Schwarzes Brett, Fusionsgeneratoren. Die haben wir nicht, ne? Oder? Haben wir die? Vielleicht sollten wir mal unsere Handelsgeschichte die ganze Zeit auch betreiben. Fällt mir gerade so ein, ne? Würde Sinn machen. Hier kann ich jetzt nicht rausnehmen, oder was? Hä? Verbindung verloren. Oh, das ist unser Problem. Ja, da haben wir jetzt irgendwie den Server nicht mehr. Keine Ahnung warum. Aber, ja. Ich bin dann selber mal hier in Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.